Ich will 50% im Voraus, auf eine Schweizer Bank. Ich habe nichts in der Hand. Warum sollte ich sowas tun? Sie sparen die anderen 50, wenn ich draufgehe. Das Wichtigste ist die Floppy Disc-Messen. Sie bringen sie zu mir, zu niemandem sonst. Ich hoffe, Sie wissen noch, was er über eine gewisse Floppy Disc sagte. Ja, das Ding ist im Augenblick in einem Safe, im Lager von diesem Don. Warum? Sie holen die Diskette und bringen sie zu mir. Zu mir und zu niemandem sonst. Ich wünschte, ich hätte auch einen Butler mit solchen Fähigkeiten. Geben Sie ihm Ihre Kanone und Sie haben mit ihm keinerlei Probleme, McPherson. Sie werden es schaffen, Colby. Ich habe Ihnen gezeigt, wo die Wasserfälle sind, auf den Satellitenfotos. Die Hubschrauber werden Sie dort abholen. Etwa so wie im Jemen? Wir haben noch genau eine Minute. Ein afrikanisches Pflanzengift. Und das Serum dagegen ist hier drin. Er ist gestern verstorben, Sir. In treuer Pflichterfüllung möchte ich wetten. Er war ein großartiger Mann. Nein, Sir. Im Bett bei seiner Frau. Friede, ich gebe mich geschlagen. Warum lässt du mich hier nicht umlegen? Keiner von uns würde jemals den richtigen Weg finden. Nur er. Verflucht. Ich glaube, wir haben Besuch. Was sagen Sie? Dass Sie nicht vorhaben, uns zu töten. Äußerst gütig. Willkommen, Gentlemen. Ein gemeinsamer Freund. Colonel Mazzarini hat mich informiert, dass Sie gekommen sind, um mich zu töten. Sie sind wirklich ein verdammter Fuchs, Colby. Ich werde noch sehr lange brauchen, um an Ihren Standard heranzukommen. Okay. Genießen wir die Show.